Wie sichert Europa seine Versorgung am besten ab, Herr Mattes, mit einer strategischen Reserve oder Kapazitätsmechanismen? Wir werden in Deutschland und in Europa nicht umhinkommen, Kapazitätsmärkte zu etablieren, weil das Stromversorgungssystem, was sich entwickelt wird, kapitalintensiv sein wird. Das heißt, wir müssen Einkommensströme für die Bereitstellung von Kapazität erzeugen, um Versorgungssicherheit abzusichern. Daran führt kein Weg vorbei. Die strategische Reserve ist eine Abwartelösung und eine Hoffnungslösung, dass der Markt, wie wir ihn heute haben, der sich in einer konkreten, spezifischen, historischen Situation mit erheblichen Überkapazitäten entwickelt hat, sich selber heilt. Das wird nicht passieren. Deswegen ist die strategische Lösung keine Option. Und sie ist auch kein Entwicklungsmodell, was uns die Integration erneuerbarer Energien erlaubt. Weil auch erneuerbare Energien sind kapitalintensiv und sie sind in den heutigen Markt nicht integrierbar. Das heißt, wer heute sagt, der heutige Markt ist das Rollenmodell, das sichern wir durch eine strategische Reserve ab, sagt auch, dass erneuerbare Energien in diesen heutigen Markt integriert werden müssen. Und das können sie nicht. Und damit ist das ein Weg in die Sackgasse. Um die erneuerbaren Energien in einem europäischen Energiemarkt integrieren zu können, bedarf es auch infrastruktureller Maßnahmen. Wie sehen da Ihre Handlungsempfehlungen aus? In einem Markt, der erheblich geprägt wird durch erneuerbare Energien, brauchen wir eine Großzahl von Flexibilisierungsoptionen. Diejenigen Optionen, die den Strom bereitstellen, wenn die erneuerbaren Energien an einem bestimmten Ort nicht genug Leistung bereitstellen, um den Bedarf zu decken. Dafür ist Infrastruktur, nämlich der größräumige Austausch von Strom, eine ganz wesentliche und vor allen Dingen eine preiswerte Option. Das heißt, Infrastrukturausbau ist die preiswerteste Flexibilitätsoption, die wir haben und die wir erschließen sollten, bevor wir daran beginnen, Backup-Kraftwerke oder Speicher ins System zu bringen. Die EU-Kommission hat jetzt auch ein Grünbuch vorgelegt. Jetzt sind wir in einer Phase der Konsultation. Wie sehen Ihre Handlungsempfehlungen auf EU-Ebene aus bezüglich Energieeffizienzziele, Reduktion Emissionen, Stromanteil, Erneuerbare? In der Welt der Energiewende, und das gilt für Deutschland und auch für Europa, wird die Senkung der Treibhausgasemissionen ein entscheidendes Ziel sein. Aber entscheidende Wege auf der Umsetzung sind Energieeffizienz und erneuerbare Energien. Deswegen brauchen wir für den mittelfristigen Horizont für 2030 und 2050 sowohl Ziele für die Reduktion der Treibhausgase als auch Ziele für die erneuerbaren Energien und die Energieeffizienz. Das ist auch deswegen so wichtig, weil eins der zentralen Instrumente zur Sicherung der Emissionsreduktion, nämlich der europäische Emissionshandel, erhebliche Wechselwirkungen hat mit anderen Politiken im Bereich der Energieeffizienz und der erneuerbaren Energien. Um diese Wechselwirkungen berechenbar zu halten, ist es sinnvoll, sich auch diese Ziele für Energieeffizienz und Erneuerbare zu setzen, um das Instrument des europäischen Emissionshandels auch längerfristig wirksam und wasserdicht zu machen. Wie soll es denn weitergehen mit dem Emissionshandel? Der Emissionshandel ist in einer tiefen Krise. Die ist geprägt durch erhebliche Überschüsse von Emissionsrechten und nach unserer Auffassung müssen wir vier Schritte gehen. Wir müssen erstens kurzfristig Emissionszertifikate aus dem Markt nehmen. Das ist das, was die Europäische Kommission im Moment vorschlägt, insbesondere um Vertrauen in die Weiterexistenz des Marktes zu sichern. Wir müssen zweitens diese Emissionsrechte längerfristig aus dem Markt heraus halten, damit sie nicht relativ schnell zurückkommen und das Problem sich wieder wiederholt. Wir müssen drittens die langfristigen Klimaschutzziele verschärfen, damit langfristig die Menge der vorhandenen Emissionszertifikate verknappt werden. Und wir müssen viertens Regelungen in das Emissionshandelssystem einbauen, die es uns erlauben, für den Fall, dass sich makroökonomische Entwicklungen deutlich anders entwickeln, als wir das erwartet haben, oder aber, dass sehr wirkungsmächtige Instrumente bei Energieeffizienz oder erneuerbaren Energien umgesetzt werden, die es uns für diese Fälle erlaubt, die Menge der verfügbaren Emissionszertifikate zu reduzieren. Mit einem solchen Vier-Punkte-Programm könnte man das System einerseits für den Moment retten und zweitens aber auch zukunftsfest machen. Das ist insofern interessant, dass die moderneren Emissionshandelssysteme in Kalifornien, in Australien und selbst in China inzwischen solche Sicherheitsmechanismen eingebaut haben, die wir als Erstbeweger, als Ersterfinder dieses Systems nicht im Blick gehabt haben und dass deswegen es unabdingbar ist, diese Sicherheitssysteme oder Korsettstangen einzubauen, um das System auch bis zum Jahr 2050 zu einem sehr wirkungsmächtigen Mechanismus zu erhalten. Herzlichen Dank.